Es war einmal, wir Antiterroristen... ...die sich auf einen Weg machen, der ganz schwer ist. Nicht leicht und auch sehr weit. Sie hatten nichts mehr als ihre Wacht in unendlichen Munitionen und sehr, sehr viel Talent und sehr, sehr viel Hingabe. Außerdem erwarten euch garstige, kriechende Viecher, Untote aus der Zeit des Nationalsozialismus und andere Bösewichter, die sich unseren Helden in den Weg stellen werden. Außerdem spielt in diesem Video Gewalt und spritzendes Blut eine übergeordnete Rolle. Ob wir es schaffen, seht ihr jetzt. Wir werden so sterben. Ja, ist ja selber 5. Oh fuck. Oh. What the fuck. Pschschschschsch. Du wachst. So. So, wo kauft man sich Waffen? Hast du das nicht gemacht? Hey, was denn? Hey, wir müssen uns doch Waffen kaufen. Das hättest du gerade eben machen müssen. Hey, wieso? Alter, ist das launt. Hey, gib mir jetzt mal Waffen. Also wir müssen was finden und das hier hin. Pschschsch. Jogi, du hast dir keine Waffen gekauft. Als ob keiner eine Pistole für mich hat jetzt mal eben. Ja, hier nimm die. Ich kann die gar nicht droppen. Haha. Okay, okay, okay. Ich kann direkt aufgehen. Hat keinen Sinn. Ja, ihr geht jetzt essen. Leute, stellt euch mal alle in die Mitte. Man findet später auch noch Waffen, glaub ich. Wäre auf jeden Fall dumm, wenn nicht. Hier, wir sind das Insektenboi. Jumaru, stell dich mal hier irgendwo hin. Hier, was müssen wir jetzt machen? Ja. Das ist, äh, ein Rätsel. Ach, hör mal, das ist ein Rätsel. Ja, das ist ein Rätsel. Ah, wir müssen auch die Tür rauslaufen. Die richtige aber und in der richtigen... Ha. Wo seid ihr hin? Ich bin durch die Tür durch. Okay, ich guck jetzt mal hier draußen, ob ich das... Das ist ein Horror. Das ist Horror. Fuck. Das ist... Ja, ist... Hi, Glenny. Was ist das? Was ist das? Was ist das? WTF? WTF? Junge. WTF? Ja, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Hä? Wo bist du hin? I found it. Was? Bist du das? I found it. Ich hab's. Ich hab's. Was denn? So, wir müssen jetzt die Tür suchen, die jetzt offen ist. Ja, hier, hier ist die Tür. Ich hab die schon gesehen hier. Ich hab die schon gesehen hier. Eileen überlegt den Stuhl. Ja. Oh shit, wisst ihr nach was das aussieht? Ich will's gar nicht wissen. So, das sieht nach Jump'n'Run aus. Oh nein. Jetzt im... Haha. Als ob die Jump'n'Run machen müssen. Hä, das werden wir niemals schaffen. Niemals. Mhm. Also ich jedenfalls nicht. Oh Gott. Alter, das war knapp. Ja. Nein, nein, nein. Man hängt so richtig dumm fest. Ich häng immer fest. Ich weiß nicht, wo ich mich hinstellen soll. So, jetzt, Eileen. Klick's an. Ja, und wie? Ey, drück mal eh jetzt. Sprich hoch und drück eh. Ich hab's. Ich hab's. Scheiße, was hat er jetzt gesagt? Ich hab's nicht gehört. It seems like this key, open the door. Okay, ne Tür. Ähm. Könnt ihr kurz warten? Ich muss ja wieder runterkommen. Hast du den Schlüssel bei? Ich glaub schon, ja. Komm mit, komm mit. Die beiden sind dann angegangen. Lass die andere Seite gehen. Ah! Wär auf. Was war das? Ich hab's. Was? Komm zu mir. Ich hab's gefunden. Wo bist du? Da hinten, ich hab jemanden gesehen. Ich hab's gefunden. Ich lauf mal ein bisschen rum und wenn jemand in einer Ecke sieht, dann komm zu mir. Ich hab's gef... Ich hab Schlüsselloch gefunden. Das ist in so einer Wand hier. Als ob du im Ernst ein Schlüsselloch gefunden hast. Hier, 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 hier. Oh doch, hier. Ja. Hier, zack, zack, hier. Ja, Leute. Jetzt sag ich das doch klar. Oh. Dig, ihr müsst vorgehen. Kann ich machen. Versuch keine Muni zu verschwenden. Ich messer ihn, ich messer ihn. Ja, easy. Ist er, ist er tot? Ja, ja. Pass auf. Leute, Leute, Leute. Hilfe, Hilfe. Leute, Leute. Was, was, was? Ja, wenn sie irgendwo... Ist das Giftgas oder was? Ja, äh. Wow, wow. Was da? Fuck. Ähm. Äh. Jo, den Lavasteig! Beheilt euch! Beheilt euch! Beheilt euch! Achso, man musste springen. Was? Ja, klar. Oh, hier ist ein Nazi-Zombie! Ein Nazi-Zombie! Oh mein Gott. Lass mich, das ist so geil! Lass uns nochmal machen, Alter. Ja, Glenni lebt ja noch. Ey, seid ihr tot? Ja. Wir sind alle runtergefallen. Guck mal runter, Glenni. Wir sind alle runtergefallen. Wir sind alle runtergefallen. Ja, als ob ich hier zu Hause bringe. Wollt ihr mich verarschen? Du musst weiter! Nicht zurück, geh nicht zurück! Du musst weiter! Du musst weiter! Du musst weiter, sonst verrennst du! Das kommt hoch! Geh rein! Geh rein! Egal wo, aber geh rein! Nee, ich würde in die Tür! Andere Seite! Da vorne! Die Lava bleibt stehen! Die Lava bleibt stehen! Ja, die Lava bleibt stehen! Ey, auch Toilette, ich kann nicht mehr! Ich brauche diese Tiere! Ich könnte euch helfen, aber ich liebe Rätsel! Aber warte, komm nicht wieder! So! Die Tiere in einer bestimmten Reihenfolge! Ich weiß, in welcher Reihenfolge, aber ich weiß nicht, was ich hier machen muss! Es ist Adler, Löwe und Schlange! So! In dieser Reihenfolge! Und irgendwie muss man die in die richtige Reihenfolge bringen! Nehme ich mal an! Ah, okay! Also! Oh fuck! Ist es eine Kombination, die ich wähle? Adler... Löwe... Great! Ja, nice! Uah, du musst sterben! Alter, fickt euch! Alter! Alter! Ey, das macht mir Angst! Lauf! Jo... Alter... Wahrscheinlich... Gibt's hier Checkpoints oder sowas? Zum Respawn? Ja, ich hab ja Respawn enabled! Es sei denn, irgendjemand von euch Deppen hat das ausgestellt! Du... ... 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